Nächste Gebäude. Ich hab jetzt gar einen Lag. Och Scheiße. Geht's wieder an. Ähm, okay. Gunner! Feier! Start ist grün! Feier! Feier! Feiern! Ahhhh! Falt dich mal ein bisschen ruhig. Kannst du das sehen? Aber der Tank wird halt übermäßig leer beschleudert. Da ist doch ein Fahrzeug jetzt. Gib ihm! Wo ist das Fahrzeug? Sieht das einer? Nein. Ja, rechts von uns vielleicht. Nehmen wir uns. Marschall aufpassen, da ist ein Fahrzeug hier. Oh, da sitz ich drinnen. Ich seh den nicht. Nein, ich seh den nicht, dass der nicht wegfällt. So ist Feinkontakt. Der ist ganz nah. Feinkontakt. Oh, der Tank ist getroffen. Ach nö, wer schießt denn da runter? Feinde, wo du uns jetzt gerade absetzt. Also da nicht absetzen. Das wär... Das sind zwei Maschinen sogar. Das wird jetzt ne scheiß Aktion. Weil die krieg ich nicht. Das klatscht dir gleich. Das klatscht gleich. Lass euch runter. Runter, runter, runter. Ja, okay. Absetzen. Und raus. Ich muss hier nicht auch runter. Ich muss runter weg hier. Weil gleich ist es vorbei. Ja. Jetzt ist der Tank leer. Auto-Rotation. Ich hab das tatsächlich geschafft. Wo ist los? Ein Heli kaputt? Ich war Tank leer. Ich reparier den gleich. Okay. Geil. Aber zu gern, dass wir das noch geschafft haben. Bitte nicht, wenn wir glaubt. Ich häng mir nicht in den Bäumen drinnen. Nee, häng ich sogar nicht. Geiler Scheiß ey, wir haben voll Erfolg. Irgendjemand hat wieder sein Handy neben dem Mikro liegen. So wie gestern. Eigentlich nicht. Ich kann meinen sonst einfach mal weglegen. Lürfte es nicht sein. Ich reparier jetzt nämlich hier schnell. Brauchst du noch Reparatoren?